Warte, lass mich erst da oben drauf. Hilf mir, da oben drauf zu kommen. Okay, geh auf mich, geh auf mich. Ja, ja, klar. Stell dich hin. Nein, geh doch auf mich. Dann will dich umbringen. Nein, ich will erst da oben drauf. Mensch, schlägt. Ja, du fliegst doch weiter. Glaub ich. Warte, spring mal. Nicht rein, komm nicht. Warte, warte, ist er tot? Ja, er ist tot. Und spring. Ich habe ein Spray. Ich bin confirmed innocent. Was machst du? Ich habe da noch keine Waffe, Digga. Ja, hier, warte. Nein, Janis tötet mich. Janis tötet mich. Ich töte dich jetzt. Nein, ey. Aua, ich bin tot. Oh, da war eine Waffe. Ja, okay. Was passiert? Ich bin, ich bin sogar wie tot. Warum? Warum? Wo bist du? War das Manu? Das war doch Manu. Ich war das nicht, ich schwöre. Ihr Wichser im Waffen gekillt. Warte, warte. Juni hat Marvin gekillt, ihr blöden Fotzen. Oh, er war innocent. Oh, fuck. Wer hat Marvin gekillt? Ja, komm her, komm her. Wer hat Marvin gekillt? Ich bin Detektiv und ich darf das. Ist er Detektiv oder was ist er? Okay. Er ist Traitor. Echt? Oh ja, läuft. Ah, ja. Immer schon mal Traitor. Und Marvin wahrscheinlich auch. Oh. 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 Oh, scheiße. Oh. Komm schnell. Der ist Stiegel, Alter. Ja, wo ist denn der? Oh. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Uwe Jumper ey. Marvin du kannst immer noch mit demnn Stift reden. Mit dem Traitor skincare. Hallo. Oi Ich bin gemfallen. War ihr Traitor? Er war Traitor. Er war Traitor. Er ist so durchgerannt und ist gestorben. War Marvin wieder Traitor? Er ist durch Schriften gegangen. Mama, ey. Janis habe ich gebaitet man. Nein, nein, aber das geht wirklich. Wollen wir Manu töten? Warum? Weil du ihn extra runtergeworfen hast, um ihn jetzt wieder zu überleben. Keyblade, Keyblade hat den Buddy. Hä, ich bin gar nicht in eurer Nähe. Keyblade hat den Buddy genommen von Marvin. Nein, es ist Manu, es ist Manu. Manu hat mich angeschossen, ihr habt 28 HP. Nein. Was? Manu hat mich angeschossen, ihr habt 28 HP. Digga, wenn jetzt er ihn wiederbelebt, ne, dann fick ich euch alle. Nein, es ist Manu, er hat mich angeschossen. Ich bin es nicht. Ich schwör. Ja, wo ist denn der Buddy von Marvin? Er ist hier eben runtergefallen. Es ist doch schön, es ist trotzdem Manu. Es ist trotzdem Manu. Ich bin es nicht. Manu ist in diesem Raum hier. Darf du reingehst? Aber weil er... Wer hat jetzt wen umgebracht? Ich bin straighter oder nicht? Ich bin straighter oder nicht? Und Manu war der einzige, der neben mir stand. Bist straighter oder nicht? Oh mein Gott, Keyblade und... Oh mein Gott. Da gibt's nur noch einen Ausweg. I'm fat and I can't get up. Ey, das ist zu OP, Jungs. Jetzt belebt er ihn wieder und kamen zwei Leute gegen einen. Das ist voll scheiße. Aha. Aufs Fernsehen folgt. The body of Keyblade. Oh! Nein! Nein! Oh mein Gott. Junge, ich kann nicht zielen. Ich schwöre, ich hab 10 FS. Keyblade, Alter. Warum bist du da runtergefallen? Ich weiß nicht. Ja, weil du... Das ist mal... War's bisher. Irgendwas, was ich weiß. Das ist einfach OP. Du, ich fall runter. Er rest mich. Er fällt runter. Ich rest ihn. Die kennen sich gegenseitig, die Idioten. Ich weiß nicht mal, was Investigation heißt. Das ist Folkyo. Das ist Folkyo. Aua! Folkyo ist wieder. Hast du ihn? Marvin! Ja, das kippt mich! Das ist Folkyo? Marvin, du Hurensohn! Warum schießt du mich an? Heee! Hey wait... Lol, es war Folkyo. Alles klar. Oh, das ist kein Grund mich abzu- Heee! Bist du ausgerutscht? Heee! Bist du ausgerutscht, Digga? Boah nice! Bist du ausgerutscht? Bist du ausgerutscht? Ich hab ihn nicht mal abgeschossen. Heee! 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 Ausgerutscht! Vielleicht das Team welchen geht. Oh hey! Marvin, bitte nicht abschießen! Ich hab keine Waffe! Kann mich nicht defenden! Was ist das hier für ein Parkour? Wer schießt? Ja, du warst das, Alter! Das ist für eine Scheißwaffe! Warum hat er denn nicht abgeschossen, obwohl ich hier in der Nähe bin? Boah, Yannis, ey, ich hasse dich! Was ist denn das für eine Kackwaffe, Alter? Du warst das, ey! Gold Dragon, die AK, schießt und zündet die Leute an! Alter! Also, Jungs, ich bin jetzt nur fünfmal hintereinander Traitor, ne? Oh mein Gott, ich hab nicht mal ne Waffe, Alter! Ich bin im Raum eingesperrt! Findest da einer, ein Disguiser? Einer attackiert mich, ich hab keine Waffe! Bin ich denn hier? Leuchte, Hilfe! Im Hotel! Niemand wird dich schreien hören! Nein! Oh mein Gott! Du Idiot! Hier! Vertraunstest! Nein, Vertraunstest! Er hat mir seine Waffe gegeben, hat jetzt keine Waffe mehr! Oh mein Gott, es käme jetzt bei mir! Der ist auch wieder! Maben ist tot! Maben ist tot! Ja, sag von welcher Waffe oder so! Komm mal her, komm mal her! Ja, wo? Wie ein Rainbow! Ah! 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 Was? Was? Ich bin schon mal vom Dach gefallen! Voll ungefähr, man sieht halt nix! Man sieht nix! Wo kamst du her, Digga? Warum könnt ihr so gut treffen mit dieser Shotgun? Das sind irgendwie zwei Schalters, eine killt mich, das andere lässt mich raus! Wo zur Hölle bin ich hier, Alter? Ist das der hier? Ja! Oh mein Gott, danke! Hey, Dima, komm mal ein bisschen! Man kann sprinten und teabangen! Dima! Oh no! Fuck! Nein! Nein! Guck! Und dann auch verpisst den! Dima hat jemand getötet! Weg renn! Was? Ja, Dima hat jemand getötet! Ich hab's gesehen! Mit meinem eigenen Eis! Oh mein Gott! Junge, wo kommst du denn her? Ich das nur bis rechts von mir! Nice! Ich hab's gesehen, er hat ihn einfach auf den Stock geschlagen, Digga! Wo seid ihr? Ich bin stuck! Habe ich ne Eins von noch? Hä? Hahahaha! Tönt die Dima, ey, jetzt ab! Hahahaha! Hör mal, ne Auto! Hör mal! Wurde unbedingt ne Shotgun ey! Ne Diegel! Hör! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ihr seid Marvin nur für ne Giard Bombe! Oh mein Gott! Junge! Diese scheiß Autos! Hör mal! Oh mein Gott! Ist das euer Ernst, Alter? Wollt ihr mich verarschen? Wann wir? Ich dachte, Manu wäre eine Pflanze, aber es ist nicht... Manu! Oh! Warum andere bei... Ich hör ne... Ich hör ne... Ich hör ne C4! Oh mein Gott, hast du mich erschreckt, Alter! Ich töte dich noch nicht, aber ich hör trotzdem... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hahahaha! 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 Wo ist denn bei Mario die Endbox? Ich weiß, das ist Ma... Manu? Wo bist du? Janis! Manu ist auch tot! Halt's mal! Manu ist tot? Was denn locker auf dem C4 abgewirkt? Ja... Achso! Wo bist du? Ich weiß, dass du das C4 gelegt hast, weil Marvin zu doof dafür ist! Du wollte mich verarschen! Hahahaha! 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 Wo ist der? Ihr seid solche Idioten, Mann! Wow! Hahahaha! Holy moly, ey! Hahahaha! Hahahaha! Was riecht auf dem C4? Oh Mann, ey! Was? Marvin, was? Ich dachte, Janis, was? Ich dachte auch... Ich bin in die falsche Richtung... Es war von unfair, Alter! Er kommt da so angesprintet und niedet mich von um, Alter! Ich war aber irgendwie zu 100% sicher, dass eigentlich Keyblade das war... Wer von euch ist von meinem C4 gestorben? Ich! Nice! Junge! Du killst mich! Chill! Hey! Dima hat ne Töterwaffe! Nein! Dima, ist das? Digga! Nein! Das willst du nicht! Ninja Vanish! Oh my god! Ninja Vanish hat ne Smoked-Waffe, oder? Dima irgendwie ausgerastet, oder so? Ja! Ist Dima's? Ja! Du musst mal Dima töten! Hä? Ich hab jetzt die Smoked gesehen! Nein! Ich hab deinen Namen voll durch die Smoked gesehen! Ich auch! Junge, ich muss erst mal rausfinden, was für scheiß Waffen die ich später habe! Hier, kann ich mal bitte leise sein, Dima! Boah! Gestern Abend! Als ich nach Hause kam! Wow! Was geht mit euch ab? Seid ihr behindert? Junge, ohne Absprechung war das also... This is America! Holy moly, Alter! Du! Und du ist Martin! Waaat! Hör auf Manu, er ist Detective! Ich bin irgendwie in einer anderen... Komm, wo seine Waffe rausguckt, Dima! Schnell! Guck schnell! Hallo! Hallo! Regie! Was ist das für ein Skind, Manu? Was ist das für eine Waffe, Alter? Du wart im Pool! Ich hab die Bombe gefunden, Leute! Entschärf sie! Wie? Wie muss man denn entschärfen? Wo ist die denn? Hast du entschärft? Ist die im Haus? Ich hab entschärft! Alles gut, alles gut! Du machst das! Was geht hier ab? Was geht hier ab? Was geht hier ab? So, kann ich jetzt nicht abonnieren? Bin ich überhaupt Zeitwerk bei euch? Ich frag dich jetzt was! Ja! Und du musst es richtig beantworten, okay? Okay! Sonst stirbst du! Dima! Welche Farbe hat meine Unterhose? Weiß! Was ist das für Fragen, Digga? Digga, frag dich! Ey, 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 ey! What the fuck? Was ist das? Marvin! Du hast mal gefragt! Du hast mal gefragt! Die hat einfach nur zugeguckt, Alter! Ja! 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 Ja!